kennen sie das problem egal was sie machen ihre vr brille möchte einfach nicht über ihre seehilfe passen aber nicht verzagen da gibt es was von vr optiker hallo freunde der gepflegten vr unterhaltung heute mal kein gameplay sondern ein kleines hardware review ich teste die linsen von vr optiker für die vr index und ja nicht nur für die die linsen von vr index sondern ich habe auch die htc vr pro linsen von vr optiker und die passen auch auf die vr index aber da gibt es ein paar sachen die klären wir jetzt im laufe des videos noch da gibt es ein bisschen was zu beachten und ja das klären wir natürlich auf jetzt machen wir erstmal ein kleines unboxing also ich habe die teile eigentlich schon ausgepackt ich musste natürlich auch testen aber ich zeige euch jetzt mal wie die angeliefert werden wenn ihr die beim vr optiker bestellt und da sieht so aus dass ihr so ein kleines etui erhaltet wo die drin sind eingraviert hier vr optiken und ja dann können wir die mal öffnen so hier ist ein kleiner weicher stoff lappen mit dem vr lens logo drauf also damit könnt ihr die linsen immer reinigen so und dann haben wir jetzt hier die linsen und die kommen jetzt getrennt in so ja so kleinen säckchen sehen wir hier so steht auch links drauf und rechts und in diesem etui sind die immer sehr gut aufgehoben also da kann echt nichts passieren echt robust so und dann zeige ich euch jetzt mal wie die linsen aussehen und ja da kann ich euch jetzt noch mal kurz zwei bilder einblenden und zwar gab es mal zwei versionen davon also vr optiker hat da zwei prototypen gebaut und im endeffekt hat es jetzt nur der linke geschafft und den zeige ich euch jetzt bei dem rechten war die überlegung dass man halt mehr dass ein paar leute auch ein probleme haben mit dem augenbrauen dass die immer relativ schnell herankommen und so hätte man natürlich mehr freiheit an den augenbrauen aber es wird natürlich auch field of view fehlen also vertikales field of view wäre ja weniger also ich glaube das ist auch noch gar nicht so wenig wie viel dann da wegfällt und ja jetzt habe ich dir auch hier da seht ihr den kleinen kopf von mir so und das besondere jetzt auch was das gab es vorher noch nicht oder das haben die ganzen linsen die ich sonst habe nicht hier ist jetzt eingraviert links also man kann sich jetzt auch hier gar nicht mehr vertun wenn man mal irgendwie die ab hat und irgendwo auch nicht sortiert hat dann weiß man definitiv okay das ist für das linke auge und das gleiche gibt es dann recht auf rechts auch noch mal und ja finde ich finde ich echt gut weil ja gibt natürlich leute die haben unterschiedliche stärken auf den augen und das wäre natürlich blöd wenn man sich da irgendwie dauernd vertun würde wenn man mit verschiedenen leuten im haushalt ist muss man natürlich ziemlich auf wechseln und ja da kommen die echt sehr gut ins spiel weil ich habe bisher die wive linsen drauf oder wive pro linsen die passen ja auf beiden brillen und ja die steckt man nicht mal ganz kurz ab oder wieder drauf also das ist ein bisschen schwieriger die gehen echt super leicht und auch die die qualität ist wieder gut ist natürlich hier unten ist es natürlich nicht so stabil ne ist natürlich klar aber trotzdem so stabil dass sie nicht kaputt gehen also ich glaube nicht da muss man schon mit gewalt dran reißen dass da irgendwas abreißt und das sieht schon echt stabil aus und im gepflegten umgang damit sollte da echt nichts passieren so das erstmal dazu und ich würde sagen dann gehen wir jetzt mal direkt rüber zum zur montage dann zeige ich euch das mal wie das einmal mit den neuen index linsen funktioniert und dann einmal mit den alten wive linsen dann seht ihr das auch mal wie das funktioniert und ja ich versuche euch dann ein bisschen auch was zu erklären weil die wive linsen die gehen ja die sind ein bisschen höher also man hat da wirklich ein geringeres field of view aber zum field of view kommen wir später und ja dann würde ich sagen gehen wir jetzt mal zur montage und bis gleich okay leute kommen wir zur montage von beiden linsen und ja ich habe so ein bisschen die lichtverhältnisse verändert ich habe meine softbox ganz nah ran geholt ich habe die kamera ein bisschen heller eingestellt damit ihr das auch wirklich hier alles besser erkennen könnt ist nicht so leicht das hier gut einzufangen aber ich versuche das beste so fangen wir mit dem schwierigen teil an und das sind nun mal die alten wive linsen oder wive pro linsen und ja eigentlich ist es nicht wenn man einmal einmal weiß wie es geht ist es nicht wer wir haben ja hier diese diese eingerbung riesen einschnitt und den legen wir hier unten an und wenn wir den hier unten anlegen da er ja so ein bisschen eingeschnitten ist ist er auch so ein bisschen flexibler man kann das dann ganz leicht in diese richtung hier drücken und dann über das gummi schieben und man kann das auch hier noch mit dem finger so ein bisschen nachjustieren ist kein problem so man sieht aber ich sehe es auf jeden fall ich weiß nicht ob ihr das jetzt in der kamera sehen könnt das gummi das drückt sich natürlich in irgendeine form wo es eigentlich nicht hin soll und ich bin mir nicht sicher wie viel montagen demontagen dieses gummi aushält wenn man jetzt hier die die wive linsen benutzt wenn man jetzt allein zu hause ist und man hat die die ganzen man hat die noch zu hause montiert sie und wenn ihr da die ganze zeit mit spielt kein überhaupt kein problem habe ich glaube ich gar keine bedenken dass da irgendwas kaputt geht wenn ihr aber nicht alleine seid und die werden oft demontiert wieder montiert also dann kauft euch echt die die neuen linsen weil die sind echt besser dass das seht ihr auch gleich nicht nur von alleine von von der montage her das natürlich auch und schon dafür das ganze gummi was hier drum rum ist das ist ja so ein staubschutz sondern auch vom field of view aber da kommen wir nachher nochmal zu zum video und ja machen wir das gleich jetzt hier auch ich setze das hier unten an mit dem eingeschnittenen kann das dann so ein bisschen bewegen in die richtung wo ich hin will und ja kann nachjustieren so dann sind die montiert die sitzen auch echt fest also fast schon zu fest würde ich sagen und ja wie ich schon erwähnt habe bin ich mir nicht sicher wie schnell das hier kaputt gehen kann das gummi von daher wenn man die einmal montiert und hat dann spaß mit der brille ok ansonsten würde ich echt nicht auf dieses modell setzen wir demontieren die mal wieder und kommen mal zu den originalen oder den den neuen walf index linsen so also demontage geht auch einfach man man fasst einfach ein finger hier ein bisschen drunter und hebel die so kommen wir zu den walf index linsen so die sind ganz einfach zu montieren also super easy so wie ihr hier seht ich habe diesen blue protection auch drin habe ich ja schon mal im video was zugesagt filtert das schädliche blaulicht glaube ich raus und und ja soll angenehmer für die augen sein ich habe da jetzt noch keinen positiven oder negativen effekt gehabt aber meistens ist es ja so wenn irgendwas an strahlung oder licht schädlich ist wird man wird man das später erst merken mit der zeit nach jahren wahrscheinlich und ja wenn man seine augen schützen kann sollte man das auch machen von daher diese blue protect beschichtung drauf ok setze ich die jetzt mal an wir sehen hier auch diesen langen einschnitt und so setzen wir die jetzt auch einfach auf ich versuche das nochmal hier so und da braucht man echt nicht viel druck ausüben die die passt da optimal rein also echt gut so die andere seite auch wir haben hier diese position setzen die auf und drauf also einfacher geht es nicht man beschädigt auch damit nichts also wie ihr merkt ich kann die so einfach wieder abziehen also die linke sitzt ein bisschen fester als die als die rechte ne aber eigentlich nicht habe ich gerade nur so ein bisschen im gefühl gehabt ja das war die montage der beiden linsen und jetzt kommen wir zum field of view test und wir sehen uns dann gleich ok leute hier bin ich im test hmd center und wer diese software nicht kennt ich werde sie auf jeden fall mal unten in die beschreibung packen kostet umgerechnet unter 5 euro und ja gibt es auch glaube ich eine ältere version im steam shop im steam workshop da kann man die glaube ich auch drüber beziehen aber ich habe das jetzt hier unterstützt weil ich es echt gut finde und hier kann man immer die aktuellsten versionen dann runterladen man kriegt einen link dazu und so weiter ja hier kann man verschiedene sachen testen wir haben einen audio test wir haben einen sub pixel test da kann man sich verschiedene bilder anschauen hier kann man sich videos anschauen in verschiedenen auflösungen ja hier haben wir nochmal so eine tafel von allen headsets und ja hier haben wir einen glare test hier können wir texte lesen wie gut man die lesen kann mit verschiedenen headsets und so weiter und ja hier haben wir den test den ich jetzt interessant finde den field of view test das vertikale habe ich jetzt schon mal gemacht für die wive linsen also ich bin jetzt hier gerade mit den wive linsen drin und oder wive pro linsen sind ja eigentlich ungefähr die oder sind die gleichen und ja der vertikale test ist ein bisschen tricky weil immer wenn ich die gradzahl erhöhe springt der automatisch raus und ich muss wieder mit dem träger rein nochmal einen sprung und das ist echt nervig deshalb habe ich das jetzt schon mal gemacht also das waren hier mit den wive linsen jetzt 110 grad und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz wie das mit den horizontal field of view test aussieht und nachher werde ich euch nur noch hier kurz diese diese tafel hier einblenden damit ihr dann direkt einen überblick habt das ganze werde ich jetzt machen mit den wive linsen dann werde ich das mit meiner brille machen und dann werde ich das mit den index linsen machen und dann haben wir so einen kleinen vergleich und ja für mich ist es einfacher dann auch vergleich zu ziehen okay zeige ich euch jetzt mal ganz kurz da wird leider die ganze welt fixiert das heißt ihr seht auch nur einen kleinen teil und ja wenn ich mich dann bewege bewegt die komplette welt sich mit und es ist echt sehr unangenehm steht auch extra an der tafel man sollte den kopf jetzt nicht bewegen und ja das seht ihr auch jetzt ihr seht jetzt auch nur so einen kleinen teil und ich kann jetzt mit den rechten thumbstick kann ich hier zwei linien bewegen die sich nach außen bewegen und ja so kann man dann testen wie viel gar viel auf human hat und das mache ich jetzt mal kann sein dass ihr das vorher nicht mehr seht aber ich sehe halt ein bisschen anderes bild ist halt nur mal um euch zu zeigen wie das hier funktioniert mit der software das werde ich auch jetzt nur mit den wive linsen machen und danach zeige ich euch wirklich nur noch diese diese tafel so jetzt sind wir bei 90 grad ich sehe noch was ist auch gut dass sich diese linien immer wieder farblich verändern sehe immer noch was immer noch immer noch immer noch immer noch immer noch immer noch ja 106 108 und jetzt sind sie weg also 108 kann ich gerade noch so erkennen ganz knapp aber ich kann sie noch erkennen also es geht also 108 grad haben wir hier dann sind das jetzt die werte für die wive linsen und ja ich würde sagen springen wir zum nächsten test das ist das ergebnis index mit meiner normalen sehbrille das sind die ergebnisse mit den neuen index linsen so leute das war der field of view vergleich und was können wir jetzt sagen also alle drei tests haben ein horizontales field of view von 108 grad erreicht egal ob es jetzt meine brille war oder die wive linse oder die wive index linse also ja das war alles identisch hätte ich eigentlich nicht erwartet ich habe eher erwartet dass da so ein bisschen unterschiede sind aber ja war jetzt gleich und wo aber drastische unterschiede meiner meinung nach sind war das vertikale field of view und ja das war einmal die wive linse mit 110 grad hat den letzten platz belegt also 110 grad vertikales field of view und da habe ich echt nicht mit gerechnet dass der unterschied zur wive linse zur neuen wive index linse so viel sind denn die wive index linse hat jetzt 132 grad und ja das ist schon immens zu 110 grad also habe ich nicht erwartet und merkt man auch jetzt im ersten augenblick ja fällt es einem nicht auch wenn man nur die wive linse benutzt aber wenn man jetzt die ganze zeit hin und her switcht und das habe ich mal gemacht also ich habe sind zwei drei mal hin und her gewechselt und ja es fällt dann wirklich auf besonders in diesem in diesem test hmd center da fällt es natürlich direkt auf ja meine brille hat 126 grad vertikales field of view erreicht gut ich war auch relativ nah dran ich habe die wive linse nicht berührt also die originale aber es war schon nah dran das heißt wenn ich mich bewege ist die gefahr gegeben dass ich mir die wive linse zerkratze und das sollte definitiv vermieden werden bei so einem teuren produkt und die tauscht man nicht mal aus mal eben und von daher sollte man das schon vermeiden von daher versucht nicht mit einer brille in einer vr brille rein zu gehen also also ich habe mir die rift damals leicht zerkratzt also nicht hart aber leicht und ja das hat mich geärgert und da war ich damals so froh wo ich dann vom vr optiker die linsen bekommen habe und ja direkt das war ein direkt anderes spielen auch also allein vom aufsetzen her und so weiter echt bequemer und das ist jetzt mit der wive index auch so und ja es drückt nirgendwo ich habe schon mal das problem wenn es hier irgendwo drauf drückt dann drückt es natürlich auch auf der nase und dann hat man natürlich auch nicht so einen großen ja großen spaß daran lange vr zu zocken von daher ist das schon schöner klar man kann auch kontaktlinsen nehmen aber ja jeden tag eine kontaktlinse tageslinse reinzusetzen macht jetzt auch keinen sinn wenn man kein kontaktlinsenträger ist von daher ist sind die linsen von vr optiker schon echt optimal und qualität passt einfach also super super scharfes bild habe ich dadurch ich habe es ja schon mal erwähnt das ist teilweise echt schärfer als mit der normalen brille von daher sollte man das schon nutzen und ja klar ist es eine geldfrage und ja da kommen wir jetzt mal zu wir gehen mal auf die homepage so hier sind wir auf der vr optiker seite und ja wie wir sehen hier werden alle gängigen vr brillen unterstützt wolf index happy reverb oklus rift s oklus quest samsung odyssey und odyssey plus oklus go htc wive pro wive und die alte rift und klicken einfach mal bei der wive index rein und ja kosten jetzt erstmal so 69 euro und man kann sie auch als planlinse bestellen das heißt ohne stärke halt nur ein schutz für die linsen man setzt sie drauf und hatten einen schönen schutz für die linsen da kommt nichts mehr dran und ja dann kann man auch zusätzlich dieses zeiss blue protect bestellen wie ich eben erwähnt habe muss man halt abwägen kostet 30 euro plus und ja man wird nicht innerhalb von den ersten zwei drei jahren merken ja schadet mir das licht oder nicht das wird man erst nach jahrzehnten merken ob das blaue licht wirklich geschadet hat und ja muss man abwägen will man 30 euro für den schutz haben oder nicht ja ich habe es jetzt erstmal drin und es soll natürlich auch den vorteil haben dass die augen ja erstmal geschont werden soll ein angenehmeres sehen sein und wenn man abends noch mal kurz vorm bett die brille dann anzieht ja hat man sonst eventuell probleme einzuschlafen und das soll dann auch noch minimiert werden dadurch durch durch dieses blutprotekt von daher wie gesagt muss man muss man selbst entscheiden man braucht es nicht die original brille hat es ja auch nicht drin von daher ist nur ein plus ein upgrade sage ich mal so und wenn wir das ganze mit sehstärke machen ist natürlich die sache jetzt was haben wir für werte und bevor er das bestellt guckt dass ihr wirklich einen ganz frischen brillenpass habt wenn nicht fahrt zum optiker zum augenarzt lasst euch dann den brillenpass fertigen damit ihr alle werte habt ihr hier eintragen könnt und ja da muss man halt schauen was habe ich für eine stärke je nach stärke wird es natürlich auch teurer weil der schliff halt aufwendiger ist und so weiter und ja da muss man gucken bei wie viel geld man dann landet und ich denke mal die walfe index wird man jetzt noch eine zeit lang behalten das ist jetzt nicht dass man sich nächstes jahr wahrscheinlich eine neue brille schon holt also ich werde meine walfe index länger benutzen von daher lohnt sich das auch jetzt wirklich noch eine dinge zu kaufen wenn es jetzt die rift wäre die alte würde ich jetzt glaube ich keine keine merke dazu dafür kaufen aber jetzt mit der walfe index hat man ja eigentlich ein gerät für die nächsten weiß ich nicht drei vier jahre und ja dann lohnt sich das natürlich jetzt auch noch mal sich vernünftige seestärke linsen da zu bestellen ja das einfach mal dazu ja mein fazit könnt ihr natürlich euch denken also ich bin begeistert von den dingern war ich auch vorher schon und ja qualität passt der preis ist in ordnung und ja natürlich je nachdem welche stärke man hat wenn man jetzt echt so arm dran ist und irgendwas von minus 15 hat oder so dioptrien dann ist man natürlich ein bisschen gebeutelt und das merkt man dann auch im ja im geldbeutel aber nichtsdestotrotz die dinger lohnen sich und ich möchte meine walfe index jetzt nicht beschädigen durch meine normale brille von daher ja war mir direkt klar da müssen definitiv noch linsen rein in meiner oculus rift s habe ich noch keine aber da ist erstmal die brille super angenehm und ich habe auch sehr viel platz da drin also das noch mal was anderes also die kann ich auch relativ einfach aufsetzen also das war bei den anderen brillen alles echt umständlicher auch bei der walfe index jetzt von daher wollte ich dafür definitiv brillen einsätze oder linsen einsätze haben und ja also von mir kriegt hier vr optiker definitiv eine kauf empfehlung also alle leute mit einer brille die echt ja so arm dran sind wie ich also ich habe irgendwas von minus vier dioptrien und ich sehe echt ohne brille nichts in der vr welt auch in der realen welt ist sonst nichts und ja das ist schon angenehm wenn man wirklich das ding anzieht und direkt ja klare sicht hat ja leute ich hoffe euch hat das video hier gefallen es war informativ für euch wenn ihr noch fragen habt schreibt einfach unter die kommentare ich versuche dann alles noch zu beantworten und ja wenn euch gefallen hat natürlich like raus und falls mir noch kein abo gegeben habt würde ich mich natürlich über ein abo freuen und ja falls ihr solche videos nicht verpassen wollt oder live streams glocke aktivieren dann werde immer informiert über neue videos ja dankeschön fürs zuschauen leute und bis zum nächsten mal